Das wird gut. Das ist super. Was ein. Was ein. Abgefahrener Scheiß. Oh, das war nur Pritz. Das ist so leise jetzt. Wir müssen die Barrieren erstmal wegkriegen. Also sprich. Irgendwie hier die Schranke hochkriegen. Hier, warte. Hier ist doch Strom. Alter, jetzt müssen wir die Weichen stellen, damit wir mit dieser Schieb, mit dem Schubschub da. Ähm, wofür ist denn der hier? Was? Ja, wofür ist denn der hier? Wer hier? Wo bist du? Na hier oben auf dem Dach. Was hast du denn? Was hast du denn da? Ah ja, den brauchen wir. Den brauchen wir. Wofür? Äh, da hier rein. Da oben drauf plüppeln. Hier, 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 hier. So egal, wir brauchen noch die zwei. Ach so. Ah ja. Ach so? Nö. Nö? Glauben nicht, oder? Doch schon. Wir brauchen jetzt erstmal hier irgendwie Saft, oder nicht? Oder hier? Oder da? Oder überhaupt? Ich hoffe nicht, so schnell zu drehen. Ich kotze gleich. Oha! Da oben ist noch einer, Coach. Guckst du hin? Ja, ist das eine gute Frage. Ach so, guck mal, guck mal, wo ich hingucke. Da bist du? Ja. Warte mal, wo war denn das gerade? Wo war denn das? Hier, hier hinten. Hier hinten ist noch ein anderer. Hier oben. Wo ist denn hier hinten? Da, siehst du mich springen? Hier. Aha. Da, da, wenn du dich da oben... Warte, warte, geh mal zurück. Ja, wieso? Nein, geh mal wieder dahin, wo du warst. Nein. Doch, da war doch ein Seil. Äh, das ist alles. So, da ist das erste. Aha, was habe ich hier? Wieso kann ich denn hier zoomen? Eine Kamera? Ja, ich weiß nicht, ich kann hier zoomen, ich kann rauszoomen, reinzoomen, wegzoomen. Na ja, egal, das ist ein bisschen erstmal. Da kann ich rübersliden. Okay, warte, komm mal erstmal mit dem Typen hier rein. Ich glaube auch. Und du? Ja, ich weiß ja, ich sage auch nicht, wohin ist das da? Ja, meinst du so? Okay, passt. Dann nehmen wir den hier noch und dann haben wir es doch, oder nicht? Das müssen wir. Aha. Ah, ja, tatsächlich, guck mal. Ja, ja, schon, die Weiche hätten wir jetzt, aber das blöde Häuschen ist noch nicht... Ach, das blöde Häuschen ist auch auf. Alles klar, jetzt brauchen wir noch einen Manneken, um... äh, das Tor aufzuhalten. Ja. Der ist da hinten, da oben, so. Wird? Wo, wel? Ah, hier, alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Ähm, hier, ähm... Schieb, schub, schub. Mein geistiges Alter, es sind gerade um etwa 39. Ja, du, das ist normal. Uhuhu. Aha. Ja, oder man nimmt die kurzen, wie ich die du genommen hast. Man kann auch einfach den kurzen Weg nehmen. Aber der ist nicht so lustig. Ich frage mich halt gerade, was du für einen Weg überhaupt genommen hast. Bist du auf dem Flugzeug rumgeflogen, oder was? Nee? Kann man auf die Flugzeuge? Warte mal, das muss ich probieren. Warte mal, ich muss das probieren. Ich muss... ...das probieren. Flugzeuge. Warte mal, wo fliegen die? Ja? Ja, man kann. Warte. Na, da geht von raus, ich habe vorhin einmal das F-Signal, äh, Symbol da gesehen. Signal. Ja, Signal, die du noch. Fuck. Fuck. Ich schaff das. Achso. Ach, schade, man kann es aber nicht steuern, oder so. Man kann da nur... Ist das... Macht das eventuell Sinn? Hä? Ich habe Spaß, im Gegensatz zu dir. Schade. Das kann man so nicht sagen. Aber nicht da hoch? Ich mich da hoch. Oh! Schade aber auch. Das muss doch... Ich habe immer noch so... Oh! So. Okay. Kommen wir jetzt weiter, oder... Nee. Hast du noch ein wenig Experimente vor? Ja. Komm jetzt her, hier. Nee, warte mal. Was denn da jetzt noch? Äh, ich, 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 äh, teleportiere. Ja, wenn du da reinkommst... So, da bin ich doch. Da wollte ich doch hin. Ja. Hold on. I'm trapped. Oh! Äh. Ähm. Ist das nicht dein fucking Ernst? Jetzt kann ich da hoch toben, um da ich da wieder rauszukriegen? Nee. Nein. Alter, ich wollte gerade sagen, das ist da jetzt nicht ein bisschen zu sein. Ist aber schön. Ist aber ein schönes kleines Ding. Warte, hier ist auch noch was. Sekunde. Da, da bin ich doch umgehalten. Muss das alles... Wow, wow. Ja, ja. Ja, verstehe. Bin wieder da. Nee, total toll. Aber ich finde alles raus. Das möchte ich betonen. Das ist, äh, so. Ne? Servus, Leanti. Was stolz auf dich. Ach, ja. Du hast sogar festgestellt, dass es da ziemlich tief ist. Wäre wirklich interessant, wie lange es geht. Dann könnte man das besser abschätzen. Du, ich habe keine Ahnung, wie lange es geht. Komme, Coach. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin gleich da. Ach, Quatsch. Bin gleich da. Alles gut. Ich habe einfach mal alle Tasten gedrückt. Funktioniert. Ah, du hast ja die Schranke schon auf. Das ist ja schön. Ach. Ach, ich... Halt. Halt. Oh, wow, sieht schön aus. Und es nimmt uns direkt zum Kastel. Ähm, ähm, ähm. Okay, wir sind da. Das ist ein Dinosaurier. Was ist passiert, wenn du direkt zum Kastelroute? Ich habe das Dinosaurier nicht da. Oh, egal. Wir finden einfach eine Chance, um den Weg zu entfernen. Warum? Ach, guck. Vielleicht kann das uns helfen. Ja, oder wir essen. Zambyra, grüß dich. Nabbend. Das sieht doch aus nach einem Dino, den man reiten kann. Ich habe den großen. Du gehst mit dem kleinen roten auf der Plattform. Du sollst zu dem kleinen roten. Welchen kleinen roten? Auf der Plattform, den kleinen roten. Oh, ist das schön gemacht hier. Guck mal, voll süß. Ich sehe keinen kleinen roten. Ich weiß es. Da, doch, da vor mir. Siehst du den? Guck mal bei mir. Ach, da. Ich glaube... Guck mal, hier, da, über mich kannst du. Guck mal, guck mal her. Hallo? Guck mal her auf meinen Dino. Ich habe dir eine Brücke gebaut. Ach, nee. Ach, so. Ach, guck, so geht das. So. Du musst zurück. Ich habe sie runtergehoben. Hui. Ha. Ja, jetzt musst du nach rechts, ne? Äh, loslassen. So. Buch. Aha. Jetzt musst du wieder was machen. Nee, du musst nochmal rammen. Nee, muss ich nicht. Nee. Aber nur, muss ich auf die andere Seite? Auf der, aber auf der, warte mal. Auf der anderen Seite ist der Griff, aber da komme ich nicht hin. Nee, musst du vielleicht in den anderen Griff, da rechts von dir. Hier den? Ja, ja, versuch mal. Nee, den, den nicht. Den, den glaube ich nicht. Nee, nee, den nicht. Ne, ich nochmal ein bisschen rum. Da ist noch einer, da. Da, vor die, vor die Linksmeer, ja. Ja, das da, das sind aber die... Weißt du, da wird was... Nee. Ja, weißt du, probier doch mal aus. Geht nicht. Doch, jetzt. Ja? Nee, da muss ich dich erst heben, wenn du da bist. Okay. Dann geh nochmal zurück. Spring da nochmal drauf, auf dem Ding. Da, da ist doch was passiert vorhin. Kannst du da irgendwie springen? Da, guck, jetzt ist er... Ja, jetzt muss ich es festhalten. Moment, Sekunde. So, okay, jetzt mach nochmal Sprung. Alles klar. Und was mache ich jetzt? Ah, so. Du bist so ein Mist, Kiefer, ey. Alter! Das waren zwei am Ende, ne? Das möchte ich nur betonen. Oh, hier, halt festhalten. Warte, warte, warte. Ich muss erst wieder festhalten, ja. Okay. Ich glaube, ich muss den erst drehen, hier, oder? Ja, das kann sein. So, zack, jetzt musst du... Ja, no. Ähm, aha. Ja, jetzt nochmal. Ja. Ja. Stumpf, nochmal. Okay, jetzt, Moment. So, jetzt zurück. Zurück. Ah, warte mal, warte mal. Ja, doch, so passt. Bist du noch drauf? Ja. Moment, 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 Moment. Wunder. Ja, eben. Oder warte mal. Ja, aber da noch nicht stumpfen jetzt. Warum nicht? Weil da oben, der sich sonst dreht. Moment. Den muss ich festhalten. Jetzt. Stumpfen. Alles klar, jetzt. Moment, so. Äh, nee, warte mal. Äh, jetzt krieg ich dich nicht mehr hoch. Ja, warte mal. Wenn du den jetzt hättest, ich halte, ich glaube, den jetzt nochmal. Ja, Moment, genau, ich halte nochmal, ja. Aber, der glaube nicht. Ja, doch, doch, ist gut. Ist gut. Ja, ja, okay, doch. Ja, 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 ja. Krieg man schon. Ah, nee, warte mal, aber nee, nee, dann kann ich den nicht bewegen. Ich kann den nicht bewegen, dann. Ich gehe den nicht. Das. Klang. Scheiße. Äh. Warte. Ich, warte mal, ich halte jetzt erstmal, mach mal, mach mal folgendes. Sekunde, jetzt muss ich, äh. Ich halte den, jetzt bitte einmal stumpen. Einmal stumpen. Okay, Sekunde. Ja, 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 warte, 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 warte. Äh, Sekunde. Jetzt einmal stumpen. Das gibt keinen Sinn. Du kannst dich beide auf Klammern festhalten. Ach, der geht auch nicht weiter nach links. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Wir müssen das so machen, dass die beiden gleich sind. Das stimmt schon. Wenn du jetzt noch einmal stumpfst. Ja, bitte. Und jetzt noch mal. Jetzt sind sie alle drei gleich. Passt doch. Ich muss doch gehen dadurch. Okay. Ich muss noch ein Stück runterfahren. Nein, du! Nochmal. Alles gut. Nix kaputt. Mach nochmal. So, weiter. Zurück. Ich muss ein bisschen runterfahren. Muss ich? Ja. Okay, jetzt. Deswegen habe ich auch in Zweifel auf der Leertaste gekloppt. Äh. Nein. Nee. Bitte das andere anknabbern. Ja, danke. Bitte nicht den Ankylo anknabbern. Oh, oh no. Das finde ich ja, ja. Mein Gino ist weg. Hey. Just almost went extinct. That's all. Was du da drauf? Das ist gut. Ah. Der war lustig. Das ist so belastend. Ich weiß auch nicht, was ich dann... Ja, jetzt noch mal ganz ehrlich. Jetzt guck mal nach unten. Wie soll ich denn da jetzt... Aha. Und wenn du den loslässt? Wie soll das denn so schnell gehen? Toach. Ah, ich kann hier an die Wand slideen, ne? Ja, vielleicht. Ach du Scheiße. Okay, warte. Ja? Okay, versuch. Mach, schnell, spring ab. Vielleicht nicht ganz so sehr. Ähm... Was ist jetzt da? Muss ich jetzt erstmal runter? Ja, runter, aber nicht gegen die Stacheln springen. Oh Gott, das wird... Na, so nicht. Ach so, warte doch, ich muss dir... Ne, ne, eine Schutzwand kann ich dir nicht geben. Ne, du kannst da nichts machen. Ne, das musst du machen, ja. Ohne springen. Wow, das war knapp, okay. Und jetzt springst du gegen die Wand zum Sliden und ich heb's so hoch. Nein, nicht nochmal springen, du musst da dran kleben bleiben. Das ist übrigens saugut, dass ich den grünen Gino hab. Ja, äh, na, fast. Bisschen höher musst du an die Wand. Naja. Da oben, siehst du die Rolle? Ja. Aber warte mal, vielleicht muss ich die erst... Warte Sekunde. Dann muss ich hier noch was vorbereiten erst. Da drauf, oder? Dahin kommst du... Kommst du dahin? Nee. Schwierig, ne? Was ist dann, ja? Ja, warum muss ich ja da irgendwie, oder? Aber so weit springe ich doch gar nicht. Doch, weil ich dich ganz hoch schieben kann. Du musst ganz, ganz hoch, also du musst... Ach du Gott, ich muss da umgreifen. Ähm, pass auf, also wenn ich die hier habe, an dieser Wand, da musst du möglichst ganz oben hinspringen. Und dann schiebe ich die ganz hoch. Und dann kommst du da rüber. Siehst du das? Bei mir gucken? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja? Also ganz oben den Punkt erwischen. Das ist doch nicht ganz geil, ne? Ja, ich kann da nichts dafür, aber ich finde es gerade ganz gut, dass ich diesmal diese... diese schöne Rolle erwischt habe. Ne, das war nicht hoch. Ja, das war aber vor allem nicht fast recht. Ja, vor allen Dingen nicht sofort weiterspringen, daran kleben bleiben erstmal. Nein, daran kleben bleiben. Ich muss dich hochschieben. Ja, das war jetzt nicht hoch, aber probier es. Ja, du musst höher dran. Du was? Nein, natürlich geht das jetzt. Schränk dich mal an. Hier. Ja, ab. Ja, siehste, so schwer ist es doch gar nicht. So, Sekunde, ich muss jetzt nochmal gucken, was dann passiert. Oh. Der Dino wird geweckt. Ich warte doch nicht. Sorry, Mr. Dino, und ich denke persönlich. Woa. Hm. Okay. Jauuu. Das war eine schöne Passage. Wie steht's? Oh, fuck. Ja, ist nicht so ganz kindersicher. Wow. Oh. Ja. Yo. Easy. Hallo. Kanone ist super. Kanone ist super. Das gefällt mir übrigens schon deutlich besser hier, dieser Part. Oh, hier, roll on, baby. Schau mal an. Nice. Du fühlst wie ein Hamster. Ja, gut, schau mal an der breiten Seite. At least all the toys that I bought, Rose, are finally coming in handy. Yeah. Like that one over there. Oh. Yeah, it's just a... It's just a silly toy. Yeah, right. Ja, das macht ja auch gar nicht keinen Sinn, dass wir Corona haben. Also müssen wir irgendwie versuchen, dass... Ach, wir können dann schießen. Okay. Nur wie, 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 wie schießen... Lass uns mal fahren. Ich glaube, wir müssen erst mal diese Tür da aufmachen. Ja. Wir sind nach rechts. Attacke. Nee, durchrollen. Durchrollen. Gib noch mal Schwung da. Ah, okay. Schieß, 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 schieß. Rechts schießen. Feuer. Links schießen. Oh, schieß, 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 schieß. Boom, you're out of here. Oh, yeah, I see that. Rechts, äh, starre Rochen. Rechts erst, oder? Links erst, links erst. Okay, links erst. Dann die Mitte, die Mitte. Fahren, 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 fahren. Wir haben beschossen. Wir werden beschützt in der Kapitän. Die Raketen, rechts. Ja, gut. Oh. Rechts die, äh, rechts die Raketen. Rechts die Raketen. Links die, links die erst mal. Ja, einfach die Kanonen, ja. Und dann rechts die. Ah, die können wir, die können wir fahren, die können wir fahren. Die können wir fahren. Die können wir fahren, sehe ich genauso. Absolut, völlig korrekt, Coach. Wir sind nicht mehr so ganz, ganz, ne? Ja, die ganze, ganze sind wir nicht mehr, da hast du recht. Arr, ihr Randlatten. Wir haben, wir brauchen so eine Scheiße, Mann. Schicks, ahoy! Hey, Leute, wir müssen das nicht tun, wir kommen in Peace. Hey, ich mag nicht ihre Kanonen. Nicht in die Hand. Attack! Oh ja, bis das da ist und dann machen wir die, die... Rechts, 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 rechts. Geh mich, geh mich, geh mich. Feuer, die, wo wir so. Na gut, jetzt einmal außenrum fahren. Einmal wenden, einmal wenden, einmal wenden. Hart links, hart links. Hart links, hart links und gleich das Feuer. Ja, ich bin. Oh, das haben wir ja hier. Und weißt du, wie es war? Ja, das war ziemlich gut. Wollen wir das kaputt noch? Klar. Gibt nur nichts. Nö, aber... Okay. Feuer frei. Feuer frei. Ah, mir reicht's nicht ganz ein bisschen noch. Ich hab nur Angst, dass wir Schaden kriegen. Well. Pinguine? Wir sind ja ein Pinguine. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass die friedlich sind. Ja, hat übrigens gerade gespeichert, das Spiel. Nur so als Info. Ja, Gott, Gott, danke. I'm friendly. Ich hab erst gesagt, ich beschieße einfach mal einen, aber... ...hätten wir mal machen sollen, ja. Ja, aber dann... Musik ist geil. Moment, wären sie alle aggro geworden, ne? Rechts halten? Rechts halten. Ähm... Ja, rechts halten. Ah, klasse Schwimmung hier. Links halten! Links halten! Mehr links halten! Das tat empfindlich weh. Wo muss man denn da hinschießen? Einfach auf den Gruft. Nach dem Schaden, Toys! Da links! Immer Gruft auf den Kuli! Da links! Da links! Da links! Da links! Da links! Oh, nein! Da links! Why do you have to buy this stupid ugly Octopus? It is not ugly in real life! It is super cute and huggable! Hey, Mr. Octopus! Hey! Don't listen to her! You are super cute! And you have such beautiful arms. Ah! Arms do you work out? Please let us go! Wieso haben wir jetzt dieses Knie da in der Mitte? Das war die ganze Zeit schon, damit sind wir ja draufgefahren. Sind wir draufgefahren? Ach, gucken wir uns noch wieder. Rechts, 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 rechts. Halt! Rechts, links, 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 links. Okay, ins Gesicht. In die Fresse, mein Freund, in die Fresse. Links, 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 links. Okay, Feuer. Ich kann gerade nicht. Wir sind gerade mal eben zum U-Motor. No friendly ducks. Ne, klar, der schickt uns hier mit Böllern. Was hast du denn da alles in dieses Schloss reingemacht? Der Coach. Alles. Das sollte sicher sein. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Die Schabracke. Links, 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 links. Links! Ich kann nicht steuern. Ne. Negativ. Jetzt kann ich steuern. Auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Augen gehen. Ich bin still auf. Du bist rechts, 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 rechts. Rechts, das Ding, die Leute kaputt machen. Bin voll bei dir. Den aber sollten wir auch kaputt machen. Ich meine ja nur. Natürlich. Den da auch. Der hat Böse hier getan. Das war nicht schön. Äh, rechts sind wieder die Arschgeigen. Ich sag's ja ungern, aber... Wollen wir vielleicht die Arschgeigen erst mal wegmachen? Und jetzt nach rechts. Und jetzt voll ins Gesicht. Feuer! Ja! Dann gehen wir rechts hier. Fast links, 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 links. Und dann die Arschgeigen. Oh, rechts, rechts, erst rechts zieht. Die machen uns mit einem Schlag. Erst rechts! Kanonenkugeln hältst du aus. Wenn die schlägt, ist sie mir tot. Das... Wo ist sie tot? Ja, fast. Guck doch mal auf unser Leben. Ja. Aber auch noch das Kanonenspektakel hier. Links die, links die Krake, die Krake. Jetzt die Krake machen, dann ist sie tot. Ja, ja. Kommt, soll ich vom Kraken. Oh. Uff. Es war doch einfach. Nö, total. Oh. War der Chat wieder kaputt? Ist eben in der Chat nicht komisch. Ja, Twitch ist langsam echt nicht mehr lustig. Aber ihr habt ja trotzdem Spaß.